Oh, das ist ein Ergebnis. Stopp! 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 Kominenz kommt immer zum Spiel. So, schön, dass ihr da seid. Kein Spaß haben wir in der Stunde. So, verteilt euch ein paar im Ring. Verteilt euch mal ein bisschen rutsch, 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 rutsch. Und dann geben die das Leute. Die Handschuhe müssen zum Mundschutz passen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja! Sechst, 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 sechst. Ja, 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 ja. Diagonal, Diagonal. Und ich halte für meinen Fahrer die ganze Zeit. Der Mutter muss die ganze Zeit. Stopp! 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 Und dann, wenn ich das halte, macht er ein, zwei, beim Kreis geht mit dem Jab zurück. Okay, und wieder. Ah, genau, und wieder. Gut. Gleiches Spiel. Bam, bam, bam. Jetzt fangen wir an. Okay, er hält für mich. Eins, zwei, Kick. Wir bleiben dran. Wohl, Körperhaft. Ah, genau, ja. Stefan, die guten Dinger filmst du, ich modell. Wenn wir eine gute Aftung machen, bist du weg. Die schlechten filmst du, die Leute denken, die können nichts. Oh, was heißt ich? Hoch, schlagen kann parken, low kick. So, jetzt haben wir den Sidekick. Jetzt probiert mal. Es gibt noch einen Trend. Lass mich da rein. Es gibt noch einen Trend, der ist eine Mischung zwischen Frontkick und Sidekick. Der ist länger als der Frontkick, kürzer als der Sidekick. Das heißt, ihr steht hier. So schräg. Okay? Das heißt, ihr steht da. Boom. Da drauf. Da drauf bei ihr zu und versteht. Oh, ja. Oh, ja. Da drauf. Beine. 是這樣. Oh, ja. Da drauf. Puh. Uh, oh. Uh. Also gefühlt, ich muss sagen, das ist hier 45 Grad an der Drücke. Nichts gemacht, man ist schlittert, wie ein Hamster. Okay, los, du! Los, wir spielen! Wir machen jetzt Mitte oben Boxen, Kicks zur Mitte, Low Kicks, aber immer 3er-Aktionen. Ich möchte keine einzeln, sondern wenn einer arbeitet, duck, duck, duck. Oder kick, bam, bam, immer 3er-Aktionen. Duck, alles komplett, fast, gut, auch was du Gott kriegst. Genau! Und diesmal, nur einmal, sondern unterbinden, auch an unterbinden. Jawohl, duck, ducken. Jawohl, auch an unterbinden, schön, aber krass, krass. Und los, wieder locker, ducken. Jawohl, ducken. Darf ich jetzt mal beitragen. Tiefe, schau, wir liegen, 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 liegen. Ausatmen. Ausatmen. Aber, ausatmen. 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 Aufwärtsang Du machst Sachen, die keinen Druck von dir machen. Weißt du noch, was ich dir mal gesagt habe? Akzente setzen. Lüller ihm ein, dass er denkt, auch gerade bei großem. Lüller ihm an, dass er denkt, oh, das ist ja eine Pfeife, da kommt nichts. Und dann immer zwischendurch so. Und dann wieder locker. Immer wieder, dann wieder locker. Mach mal so viel, den gehen. Den kann ich nicht machen. Und Riss fliegt dazu, dass ich eine Relle und der Mund schaffe stehe. Aber du musst ansehen. So. Wirklich locker. Und dann kannst du... Aber vorher einlöller. Locker. Und dann bumm. Nicht sofort von hinten. Dann schießt man dich mit dem Vor- und Haken ab. Schön locker. Bewegung. Guck mal! Fynn wird du da mal. Ok. Fynnle. Fynnle. Guck mal. Fynnle. Fynnw du.... Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Kommt. Wir sind. Jawohl. So, jetzt ganz locker mal ganz kurz, eine Runde kurz zum Abschluss, 1-2 Halbkreis, 1-2-3 Halbkreis, 1-2-3 Halbkreis, hocha, 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 ahhmaha Taระouh, ta CHRISTIAN Halt! So Leute, erstmal frische Luft. Erstmal schön, dass ihr im Video seid. Das ist quasi das Danach. Heute ein technisches Training. Jonas ist auch hier, der ist am Schwitzen. Der schämt sich, weil er so gut aussieht. Bleibt dran, schaut euch die Technik an, stellt euch das Video an, schaut euch an, was Pooja mit uns gemacht hat. Jetzt gibt es erstmal das Ergebnis von... Erstmal Bauch anspannen, weil zu viel Eis gegessen dieses Jahr. Oh, die letzten Male haben wir es ja mal verkackt, vielleicht wird es diesmal was. Ich habe auch keine Kraft mehr. Oh, das ist ein Ergebnis. Das lässt sich doch zeigen. Ciao, Ben. Pooja, das ist von dir. Nix, nix, war nur fürs Video. So Leute, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bleibt dran, gönnt euch das Video. Ich bin im Arsch, Jonas ist im Arsch. Ich tropfe immer noch. Liken, kommentieren, abonnieren. Ihr habt gehört, was der Manager sagt. Macht's.